Hallo, da ist euer Räuberböcks28 zu einer Runde Tippendamage auf Detroit mit HeroSide zusammen. Und das Spiel lebt und lebt. HeroSide? Mhm. Jo. Tucksspiel. Richtiges Drecksspiel. Ist auch die Ladezeit aus der Hölle. Ja, auf was zu Stimmen gehen geht, ja. Mal schauen, wie du abgehst hier. Also die Lade... Wahrscheinlich gar nichts. Wie die Texturen laden ab und zu, das ist richtig hässlich. So ist so übelst verpixelt und matschig und nachher wieder so schön. Ich geh mal hinten durch. Weil da pimmeln ab und zu Leute immer durch. Wow, die pimmeln ja alle rum. Ja, ich weiss. Wenn man ab und zu so Spiele spielt, dann weiß man eigentlich, wo die Leute immer durchgehen. Junge, warum campen die denn alle an diesem scheißen Bus? Double Kill! AHHHHH! Die in der Schule sind. Warte, ich hab Drohne. Warte, ich hab Drohne. Über uns, über uns. Oh, ich wollte grad richtig auf cool tun und den wegknifen. Ist aber nichts geworden. Einer liegt am Boden. Oder auch nicht. Alter, wo sie... Geh null ab. Ich hab grad mal ein Kill. Oha, oha, oha. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Fuck! Scheiß Dreischusswaffe. Ich hab keine Munition mehr. Ohne Munition geht das schwierig, mit einer Waffe zu schießen. Warum hab ich eine scheiß Dreischusswaffe? Ich hab keine Munition mehr. 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 Ey Alter, diese scheiß Schrotflinte, man. Die sollte verboten werden, das Drecksteil. Wow, den hätte ich auch einfach wegknifen können. Der wäre vielleicht schlauer gewesen. Alter, genau. Wieder instant um die Ecke. Und die Ecke kommt und mich töten kann. Genau, komm! Ich hätte dein Leben. Nee. Ah, der... Fuck. Der blockt er mir. Der hat mich rausgeschoben, Wichser. Der wollte ich zwar nicht drauf. Ah, der... Vorhin bin ich ja so abgegangen. Was ist denn eine Aufnahme? Fuck, da waren zwei Gegner, Alter. Ich nehm ja die ganze Zeit schon auf. Unsere Drohne ist online. So. Oh, ich hab grad Battle gehabt. Ich hab ihn gekillt. Ja, von hinten, ey. Der hat spawnen einfach. Ich kann nicht gleichzeitig auf die Minimap hochschauen, weil die scheisse weit weg ist. Die ist viel zu weit oben. Vor allem bei mir, Mann. Oh. Oh. Und da liegt er am Boden und ist tot. Oh, fuck, da ist noch einer. Ich weiß. Scheiße. Der kommt doch mit einer hässlichen Schrotflinte an, Alter. Wo ist denn der Typ? Ah, der... Wo sind denn die immer? Oh, aufgestiegen. Rang 5. Oh. Oh. Der kämpft da in seiner eigenen Spawnecke. Was ist denn sein scheiss Problem, Alter? Ist halt so ein Negatyp. Ist doch ein richtiger. Alter, was gammelt der rum? Ja, genau. Wie du so schnell rennen kannst. Junge, Alter. Warum jumpt man denn hoch? Was sind so ein scheiss Problem? Als X-Taste gibt's. Junge, Alter. Äh. Sneaken die sich von hinten ran, ey. Was ist denn los mit denen? Warte, vom rumrennen tut mir immer der Daumen weh irgendwie. Die Zeit, wenn ich die ganze Zeit so reindrücken muss. Das stimmt allerdings. Der Vogt, die kämpfen alle an diesem komischen Wagen da. Ist doch nicht normal. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er tot. Du musst auch treffen können mit der Schrotflinte. Das war mein Kill. Wichser. Wow. Wo kam der denn her? Ah, das warst du. Na! Ich hab noch ein Schuss im Magazin. Acht Schuss im Magazin. Fuck. Was soll ich mit 8 Schuss im Magazin? Junge, was ist denn das? Wieso hab ich denn ne hässliche Uzi als Zweitwaffe? Was ist denn hier los eigentlich? Hier ist ja nichts eingestellt. Was soll ich sagen? Ich hab noch 8 Schuss im Magazin. Und man kann dann keine Waffen aufheben. Das ist scheiss. Doch, kann man. Ja, kann ich aber nicht. Danke, dass du mich erlöst hast. Du Noob. Ja, natürlich. Alter, wie kann man denn so BNR-Zeit die ganze Zeit nur umjumpen, Alter. Ich hab auf die Gute die Advanced Warfield. Ja, zu zweit. Komm. Ich kann nicht gleichzeitig mit zwei Waffen irgendwo hinsliessen. Ähm. Oh fuck. Das war neig. Genau. Er schlägt mich instant. Wohl ich ihn abgeschossen hätte. Ey, Alter. Zu zweit. Die haben einen Mann. Messern ist im Notfall immer das Beste. Wie tastier ist mir zu weit weg? Was? Ich hab ihn gemessert. Warum stirbt er denn nicht? Call of Duty auch. Alter. Ohne Witz. Aber jetzt bin ich schon dritter, Mann. Fah. Alter, mein Daumen tut so weh. Zum Glück hab ich den PS2-Choice. Ja, weisst du wie der Instant jedes Mal mich töten mit der Scheisswaffe ist gar nicht möglich, Mann. Du Scheiss-Eiter. Eiter. Oh, der wollte gerade den erschiessen. Ich wollte gerade einen erschiessen. Ich war gerade mitten dabei ihn zu töten. Du hast ihn ja auch getötet. Ohne Witz. Was? 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 Er ist tot. Ja. Hä, Hurensohn. Hurensohn. Hat er verdient. Was? Oh, ich bin besser geworden. Ja, meine KD ist trotzdem scheiße. Ja.